Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das Wohlbefinden von uns Menschen, aber auch von den Haustieren und von den Pflanzen hängt weitgehend vom richtigen Raumklima ab. Gerade jetzt in der Heizperiode sollte man darum besonders gut darauf achten, dass sich die Luft in den Zimmern auch wirklich mit genug Feuchtigkeit vollsaugen kann. Sonst kommt es dann eben zu den bekannten Erscheinungen wie gesprungenen Möbel, geälen Blätter an den Pflanzen, ausgetrocknete Schleimhüten oder noch schlimmer Verkältungen. Voraussens sorgt natürlich die Natur für den richtigen Ausgleich des Klimas, hingegen zu Hause in der Wohnung. Das sollten wir dann schon selber mit einem geeigneten Luftbefeuchter dafür sorgen. Die Satrap Luftbefeuchter bei Coop gibt es in zwei verschiedenen Systeme. Beim Satrap Humisana zum Beispiel wird das Wasser aufgeheizt und in Form von Dampf an die Luft abgegeben. Das Modell ist besonders günstig. Nach dem Verdunsterprinzip schafft der Satrap Humidor. Bei diesem System nimmt die Luft nur so viel Feuchtigkeit auf, wie sie braucht und wird durch diese Filtermatte erst noch gereinigt. Das Gerät braucht sehr wenig Strom und ist praktisch grüßlos. Zurzeit offeriert Ihnen übrigens Coop verschiedene Luftbefeuchter und Klimageräte besonders günstig. Und natürlich, wie immer, mit der bekannten zweijährigen Coop-Garantie. Der beste Start in einen neuen Tag ist immer noch ein kräftigeres Morgen. Oder noch besser, ein gemütlicher Brunch. Und ungefähr so könnte dieser aussehen. Kalte oder warme Milch macht fit. Und das Banago gibt Ihnen mehr als nur den feinen Schokolade. Das Roland-Toastbrot oder der Roland-Zwieback sind eine knusprige Unterlage für die feinen Tiger-Delly-Creme-Scheiben. Oder für eine der fruchtigen Midi-Konfitüren. Zur Abwechslung kann es auch mal Bienenhonig von Langnese sein. Ein körniger Genuss aufs Brot ist der Hirz-Hüttenkäse. Oder zum Streichen der erfrischende Gerber-Gala-Doppelrahm-Käse. Und jetzt möchte ich Ihnen noch eine Helferin für die Küche vorstellen. Es ist die Satrap Universal-Küchenmaschine. Die kann schnetzeln, raffeln, hacken, mahlen, knetten, mixen und rühren. Die neue Satrap Kombimix braucht wenig Platz. Alle Messereinsätze werden im Gehäuse selber versorgt. Sie ist zurzeit besonders günstig und natürlich mit zwei Jahren Coop-Garantie erhältlich. Und jetzt habe ich noch eine erfreuliche Mitteilung für alle Basler Innenstadt-Kunden. Morgen Morgen wird der Pfauen an der freien Strasse nach einem vollständigen Umbau eröffnet. In diesem neuen Coop-Warenhaus findet während drei Tagen ein grosses Eröffnungsfest statt mit viel Schlagerangebot. So, und jetzt lassen Sie sich doch noch überraschen vom Coop-Rezept dieser Woche. Haben Sie gewusst, dass man Pizza auch aus Haartöpfeln machen kann? Ich zeige Ihnen gleich, wie es geht. Die geschnittenen Haartöpfel raffeln wir. Am besten geht es natürlich in so einer praktischen Haushaltmaschine. Vergewirrlte Eigel, Mehl und Gewürz haben wir uns die geriebenen Haartöpfel gemischt, gut verrührt. Und dann haben wir ein Weidenblech mit dieser Masse ausgelegt. Wir haben ein Rändchen stehen lassen und sie 30 Minuten backen lassen. Zum Schluss haben wir den Haartöpfelboden mit Schweinsbrät belegt, mit Peperoni und Tomatenstreifli. Und jetzt streuen wir noch Parmesan drauf. Und dann kommt unsere Pizza noch einmal zurück in den Ofen für 20 Minuten. Wir servieren sie mit einem grünen Salat. Wenn Ihnen das Rezept gefällt, so probieren Sie es einmal. Es steht in der Coop-Zeitung dieser Woche. Einen guten! Vielen Dank liebe Zuschauerinnen und Zuschauer für Ihre Aufmerksamkeit und noch einen schönen Abend. Achten Sie aber noch auf die Aktionen, die gerade kommen. Es lohnt sich. Zum Anfang die aktuellen Preisschläger. In den Coop-Warenhäusern kriegen Sie jetzt die neuste Winterfreizeitmode für Damen und Herren. Zum Beispiel die modische Damenjacke aus 100% Baumwolle für 119 Franken. Die Damenhose aus 100% Baumwolle für 69 Franken. Und die modische Herren-Trenschjacke aus 100% Baumwolle für nur 119 Franken. Erika Grazilis, ein Topf nur 3,50 Franken. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop mildgesalzenen Hinterschinken 100g nur 1,90 Franken. Zwei Becher Planten-Margarine statt 4,30 nur 3,75 Franken. Zwei Becher Minerin-Plante Minus-Gallerie statt 3,70 nur 3,20 Franken. Alle Coop-Jogurte im 180g Becher sind jetzt 10 Rappen günstiger. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag Coca-Cola, Coca-Light und Fanta 1 Liter nach Wahl statt 1,25 Franken für nur 90 Rappen. Bananen per Kilo nur 1,70 Franken. Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017